Der Innenarchitekt gehört verprügelt. Aha, was ist das? Also, wenn SpongeBob in der Zukunft existiert, nehme ich wohl besser den anderen Weg. Wow, primitiv. Mit einem gewissen altmodischen Charme. Ah, anständige Umgangsformen sind wohl noch nicht erfunden. Aber dafür ist hier keine Spur von Sponge, Blödmann. Endlich kann ich das Alleinsein mit meiner Klarinette genießen. Spur von SpongeBob. Nein, danke. Tag auch. Tja, ich muss dann mal los. Ja, das ist mein Arm. Ach ja, ganz reizend. Was denn? Brauchst du mal wieder eine Flohkur? Also bitte, das ist doch nur eine kleine Qualle. Also, ich bin dann mal weg. Ah, ein nettes, schattiges Plätzchen, weit weg von diesen Gretens. Ah! Was soll denn das werden, ihr Trottel? Ihr sollt diese Viecher da fangen und euch nicht selbst damit foltern. Gebt mir den Fetzen da. Fassen. Das dürfte eine elegantere Lösung darstellen. Los geht her. Ihr sollt die Quallen damit fangen, so. Das nennt man Quallen fischen. Ah, endlich allein. Was soll das denn sein? Ah!